Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Nach der Partie gegen Hannover 690 hatte Simon Terodde verkündet, dass sich seinem Sommer aus dem Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr auf Schalke verlängert hat. Somit geht der Klub Liga unabhängig in eine zweite Saison mit dem Führungsspieler und dabei muss es gar nicht mal zwingend bleiben, denn Simon Terodde hat noch sehr viel vor. Gegenüber Sky sagt er nämlich, ich fühle mich topfit. Nach den Spielen gehört zwar etwas mehr Regeneration und auch Trainingsvorbereitung dazu, aber ich bin überzeugt davon, dass die beste Zeit noch kommt. Ich möchte noch vier oder fünf Jahre spielen, sagt der 34-Jährige. Also durchaus natürlich spannend, ob das wirklich so kommen wird. Er sieht auch so ein bisschen Zlatan Ibrahimovic als Vorbild und da bin ich echt mal gespannt, ob seine Zukunft dann wirklich die nächsten vier oder fünf Jahre auf Schalke liegt. Generell hat er sich aber auch nochmal dazu geäußert, dass der Sieg vor 55.000 Zuschauern ein ganz besonderes Erlebnis war. Er sagt, das war ein Riesenerlebnis. Auch zum Aufstiegskampf hat er sich geäußert. Uns erwarten auch heiße Spiele im Aufstiegskampf und da wird die Hütte hoffentlich brennen. Die zwei Siege zuletzt hatten gut und wir können die ländische Pause gut nutzen. Thomas Ovian kommt zurück, Andreas Winter und auch Daniel Atza. Danach spielen wir hoffentlich mit voller Kapelle in den letzten sieben Spielen. Deswegen bin ich überzeugt, dass wir gute Chancen haben. Wie gut die Chancen für Tyrodde sind, vier, fünf Jahre bei uns zu spielen, wird es sicherlich noch zeigen. Aber eine sehr, sehr interessante Ansage von ihm. Eure Meinung dazu? Geht mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf! Anale Schalker! Be Bertrand! Untertitelung des ZDF, 2020